Teil 2 und Teil 3? Moment. Heulenuhr, Joystick, Dose, Wunderlampe, komisches Glasgefäß. Wasserbehälter aus Porzellan, packen wir erstmal rein. Pferd, Pferd, Schläger, alte Thermoskanne, haben wir auch Denkende Dose, Denkende Dose. Sofa. Ähm, babababam. Immer noch kein Glas fertig, ich werd verrückt. Gut, dann platzieren wir unser Sofa mal noch im... Wobei, kann ich das draussen platzieren? Sofa. Jawoll, das geht. So. Die Glocke geht, das heißt, alle Leute sind wohl oben wieder in der Kirsche. Wollen wir da nochmal hochschauen, da waren wir ja ewig nicht. Da, da, da. Hier ging es doch rein, oder? Kirsche des Lichts. Hi, Emily. Oh, Beziehung. Was Emily wurde zu deiner Kollegin? Beziehung des Eines Lucy. Phyllis. So, Higgins. Okay, bei dem können wir uns nicht einkratzen. So. Mit Beziehung. Einfach mal mit allem quatschen. Hier. Ah, nein. Ich wollte mit dem Bürgermeister reden. So. Emily hatten wir. Ja. Bärenmann. Check. Nein, nicht du. Check. Ist Alice deine Schwester? Ich will schon. Wie? Hab ich irgendwelche Empfehlungen? Hm. Presley. Jetzt haben wir doch fast alle. Mars. Hallo. Carol. Da hatte ich eine vergessen. Alle Tierbabys werden im Frühling geboren. Okay. Polly. Suche ich nach einem Buch. Reise in den Osten. Geht's ja um Monkey King. So, mit denen haben wir allen... Oh ne, hier ist noch Nora. Hallo. Beziehung. So, Lee. So. Kann ich reinhüpfen? Nein. Kurz nach Sozialen mal schauen. Emily, Kollegin. Fremder, Fremder, Fremde. Okay, also Emily und ich. Wir sind schon richtig dicke. Gel. Da bin ich Fremder. Ernsthaft. Haben wir so viel für dich getan. Na gut, ja. Wir zahlen uns immer. Emily. Verbesserungen der Beziehung. Beziehungsweise Informationen. Vorlieben. Händigt manchmal Geschenke aus. Ehefrau. Alte... Äh, Altehilfe. Sammeln von Ressourcen. Wo? Ernsthaft? Beziehungsvorteile. Erhalte Rabatt. Beste Freundin. Petra. 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 Die Chance am Morgen zunächst Geschenke zu erhalten. Okay. Am Morgens Geschenke. Ginger. Ginger. Gel kommt und gibt dir Gehälter. Ein mysteriöses Geschenk zu bekommen. Okay. Samm. Widerstand. Widerstand. Aufträge werden schneller abgeschlossen. Okay. Wenn nicht Anthony. Ehemann. Chance morgen. Geschenke zu erhalten. Marta. Wer ist Marta? Gute Freundin. Carol. Gute Freundin. Sonja. Sammeln Ressourcen. Chance morgen. Liebste. Okay. Hier muss ich mich ja richtig rein schmeißen. Wenn ich die auf eine gute Beziehung bekommen möchte, alle. So, es ist 13 Uhr. Ich gehe davon aus, dass ein bisschen Glas wieder fertig geworden ist. Bei uns. Hm. Ich bin nicht verlaufen. Nö. So. Spring mal hier runter. Da, 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 da. Ich möchte die Gruselhöhle fertig bekommen. Glasholz. Okay. Glasholz. Fertigen. So. Wir haben das. Und das Schild. Und das Schild. Okay. Also jetzt stoppen wir mal die Zeit. 14 Uhr. 11. 12. 12. 14. Okay. Die, die mobile sind schneller. Aufsammeln. Aufsammeln. Vielleicht ist hier wieder ein neuer Kristall. Koryan. Jawohl, da ist ein neuer Kristall. Bam, 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 bam. Und da oben ein Schild. Und da oben ein Schild. Mit Gelreden, sehr schön. Aufsammeln. Harz. Straßenlaternen, komm. Ich fäll mal hier hinten ein paar Bäume. Ich fäll mal hier hinten ein paar Bäume. Seitz. Ach, scheiß. Warum lauf ich denn? Hm. So, Glas. Bronzeplatten, Bronzebarren, Bronzebarren. Straßenlaternen. Drei Glas noch. Was brauchte ich hier noch? Bronzeplatte. Zwei Stück. Okay, mit Gelreden. Töv Töv Haltestelle. Hm, hm hm. Eventuell sind die alle noch in der Kirsche. Wie viel Geld haben wir aktuell? 1800. Oh. Emily kommt zurück. Hallo. Es hat aber ein gesünderes Essen zu kochen als letztes Jahr. Ja, super. See you. So. Okay, wenn's sie... Mai? Unterhalten. Bye. Bye. So. Da ist Gel. Da ist Gel. Schnell hinterher. Gel bleibt stehen. Kruselhöhle fertig. Das wird sicher perfekt für eine Verabredung oder eine Mutprobe. Achttausend Gold? Ernsthaft? Oh. Oh. Okay. Dann... Dann... Oh. Ja. Keine Ahnung. Dann sehen wir uns mal. Demnächst wieder. Ähm. Oh. Status überprüfen. Reif. Ernten. Habe ich noch Dünger bei? Ja. Ja. So. Zack. Hier können wir eine Holzdiele aufsammeln. Bronzebarren. Beziehungsweise Platte und Barren. So. Glas. Jetzt kann ich rein theoretisch eine machen. Oh. Äh. Noch ein... Skillpunkt habe ich nicht. Scheiße. Da. 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 Okay. Okay. Nochmal Glas. Nochmal Glas. Nochmal Glas. Nochmal Glas. Reicht trotzdem nur für eine. 5,2. Zwei. Wenn nicht noch irgendwo ein bisschen Glas rumliegen. Ach. Moment. Komm. Wir hatten noch zwei Sachen die ich ins Forschungszentrum bringen konnte. Die Telefonzelle und 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 Thermoskanne glaube und noch irgendwas. Oh. Oh. Hi Polly. Oh. Nox Neo. Ist alles in Ordnung? Ich mache mir ein wenig Sorgen um den Hund auf diesem Plakat. Er treibt sich immer am Zentralplatz herum. Alle haben ihn gefüttert. Deswegen haben wir ihn Skarps genannt. Dann ist er eines Tages einfach verschwunden. Das ist schon eine Weile her. Ich habe seitdem nichts mehr gehört. Ich habe überall gesucht. Aber Portia ist so ein großer Weg. Kannst du mir bei der Suche helfen? Ja klar. Danke. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Hallo. 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 Ich bekomme alle Götter in der freien Stadt. Tschüss. Tschüss. Entschuldigung. Ich habe seit langem noch keine Schraps gesehen. Ich habe keine Schraps gesehen. Ähm. Ja. 18 Uhr. Verdammt. Tschüss. Hallo. Und ich habe noch keine Schraps gesehen. Du hast dich wirklich zufrieden. Ich habe nochmals ein paar Jahre gesehen. Good bye. Did you see? I have not seen the scraps in a while. I know Paulie put that poster up. Sie ist immer sehr worried about this. Hi. Das hat auch nicht gesehen. Good bye. Warst du Scraps auch nicht gesehen? Polly? Hast du Scraps gesehen? Phyllis? Sagt mir nur wenn ihr Scraps gesehen habt. Die Kirchenleute sind so stur. Ja, ich war trotzdem vor uns oben bei ihnen. Petra? Bei dir rede ich über die Kirche... äh... Über die Höhle? Hmm... Bei Jack waren wir. Ist der alte Mann hier im Park? Nein, heute mal nicht. Oh! Bla bla bla... herumfragen. Bla bla bla... Was für ein Hund gesehen? Ja... Was für ein Hund gesehen? Was für ein Hund gesehen? Ja... Hi! Ich habe das, was ich gesagt habe... Hm... So, wie lange geht denn noch... Die Versammlung? Ich habe das, was ich gesehen habe... Ich habe das, was ich jetzt nicht gesehen habe. Seit einer Weile nicht mehr gesehen... Ich habe das, was ich jetzt nicht gesehen habe... Hmm... Ginger? Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Wen hab ich nun vergessen? Sonja? Hey! Ich hab' den letzten Tag gehört! Tschüss! So Gehle, wie lange geht denn deine Versammlung hier noch? Diese Woche ist viel passiert. In unserer Stadt ist alles in Ordnung. Blablabla. Schade. Okay, hier passiert glaube ich nicht mehr viel. Pssst, der schläft ein. Okay, er sagt nichts Neues. Isaac! Ja, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Jetzt sind wir miteinander gebracht. Okay. Oh! Hallo, du arbeitest doch für die Kirsche. Ich habe versucht, die Amber-Island-haunted-Cape zu sehen. Tschüss! Tschüss! Schadenhöhle. Hm. Däm. Dam-tam. Tam-tam. Wir hätten noch Ausdauer. Kein Glas fertig ernsthaft. Äh, herumfragen. Ich werde jetzt nicht so sofort weit weg rennen. Sind noch Leute hier draußen unterwegs. Grillen tut schon keiner mehr. Puh. Na gut. Ich glaube. Dann geht's ab nach Hause. Schlafen wir eine Runde. Dann machen wir die Laternen. Nächsten Tag fertig. Machen wir bei. Hier kann man noch ein bisschen was pflücken. Ab. Hast du Scraps gesehen? Na gut. Ab ins Bett. So. Schlafen. Bestätigen. Ding, ding, ding. Große Höhle ist jetzt geöffnet. Oh. 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 Passiert hier noch was? Passiert hier noch was? Schon wieder... Post. Schauen wir mal im Kalender. Wir haben jetzt Sommer. Tag der Erinnerung. Ähm. Kampfkunstturnier. Okay. Ich beende dann mal die Folge. Tschüss. Ciao.